Ich lade dich jetzt ein, deine Gedanken von allen störenden Energien zu befreien. Dies ist eine Meditation in der Detox-Energie. Sie wird dich unterstützen, dich von allen belastenden, negativen Gedanken zu befreien. Sie wird dir helfen, dich positiv auszurichten, von allen negativen Energien zu entgiften. Denn negative Energien tragen eine Säure in sich, welche du auch in den negativen Gedanken spüren kannst. Diese Säuren sind gefährlich und diese Säuren können wir heute zusammen neutralisieren. Und um fortzufahren, bitte ich dich, in einem Tempo zu atmen, welches gut und angenehm für dich ist. Und dich mit jedem Atemzug zu entspannen und dabei immer tiefer in die Ruhe zu kommen. Konzentriere dich auf den Jetzt-Moment, auf das Hier und Jetzt. Und lasse die Gedanken, so wie sie sind, beginne einfach zu akzeptieren, wie die Gedanken waren, wie sie sind, ohne sie zu bewerten. Denn sobald du einen Gedanken bewertest, nimmt er eine Gefühlsform an und kann, wenn du ihn negativ bewertest, unangenehm werden. Und so bitte ich dich, dich zu erinnern an die Gedanken, an die negativen Gedanken, welche du heute hattest. Lasse für einen Moment diese Gedanken noch einmal neu entstehen. Doch in diesem Augenblick bitte ich dich, aus der Bewertung herauszugehen und diese Gedanken neutral werden zu lassen, ohne Gefühl, ohne ihnen ein Gefühl zu geben. Und dann lasse diese Gedanken kommen und gehen, wie sie möchten. Indem du sie so akzeptierst, wie sie sind, gibt es keinen Kampf und gibt es keine negative Energie. Und du wirst spüren, dass du Erleichterung erfährst. Es reicht wirklich aus, diese belastenden Gedanken einfach wertfrei zu sehen. Versuche, all diese Gedanken zu akzeptieren, so wie sie sind. Nehme sie an. Denn du weißt, es gibt solche Gedanken und man darf sie auch haben. Akzeptiere sie, so wie es dir möglich ist und soweit du es kannst. In diesem Moment, wo du deine Gedanken so annimmst, wie sie sind, sie nicht bewertest und sie akzeptierst, beginnt sich ein Raum, ein Freiraum, in dir zu bilden. Ein Freiraum, in welchem du nur positive Gedanken hast, nur schöne Dinge erfährst. und dieser Freiraum ist ein ganz großes Geschenk. Fühle nun diesen Raum. Fühle hinein in diesen Raum. Er liegt genau vor dir, wie eine riesengroße Kugel aus Licht. Und versuche nun, dich mit dieser Kugel so intensiv zu verbinden, dass sie dich umhüllt. und dass durch diese Umhüllung von Licht alle anderen Gedanken ebenfalls lichtvoll werden. so dass es nichts Negatives mehr gibt, so dass du vollkommen im weißen Licht der Klarheit stehst und somit alle negativen Gedanken entsäuert wurden, dass alle Strukturen, alle Verkalkungen, alle Hindernisse, welche durch negative Gedanken entstehen, dass diese sich auflösen in Licht und in Liebe. Fühle diese riesengroße, wunderschöne Kugel, wie sie dich umgibt voller strahlenden, weißen Lichtes und fühle, wie diese Klarheit dich nun ausfüllt. Fühle, wie du dadurch wachsen kannst und wie dich diese große Lichtkugel stärkt, wie sie dich motiviert, weiterzugehen, wie sie dir Kraft gibt, zu erkennen, was wichtig für dich ist. und nun atme dieses Licht ein, atme dieses helle, weiße Licht in dich hinein, so dass du in deiner Seele dich mit diesem Licht verbindest. So tief, wie es geht, so tief, wie du fühlen kannst, und es selbst zulässt, so tief wird die Heilung sein. Es ist fast ein berauschendes Gefühl, welches du nun spürst. Denn so viel Licht fließt in dir. So viel helles Licht und so viel Liebe füllt dich aus, wie schon lange nicht mehr. Und so trage nun dieses Licht in deiner Seele. Behüte es mit all deiner Liebe so dass dieses Licht nie mehr ausgehen möge, denn du weißt nun, dass dieses Licht für dich immer da sein wird. dass dieses Licht das Resultat ist von deiner Bemühung, deine Gedanken zu entsäuern, deinen ganzen Körper zu entsäuern. und du dadurch lichtvoll und kräftig wirst, ganz viel Heilung dich durchfließt und dein Vertrauen in das Licht wundervoll erstrahlt. ernehmt dir die Zeit, die du benötigst, um wieder zurückzukommen, so wie es sich gut anfühlt, wieder in deinen Räumen anzukommen, deine Hände und Füße zu bewegen und wieder vollkommen hier zu sein.